So, doppelt hält besser, ein erneuter Upload, ich habe den Sound komplett zerstört, es war nichts zu verstehen, also hier jetzt Take 2, danke nochmal an den IWD, dass er mich darauf hingewiesen hat, deswegen hier ein neuer Versuch, es geht um Prime Gaming, 9 Spiele und mir hat es gut gefallen, das schon mal vorab. Ich ziehe es jetzt ein bisschen schneller durch, weil heute ist es ein bisschen eng, weil ich auch noch das Humble Choice machen muss, aber wir kriegen es hin. Okay, erstmal die Werbung. Super, auch das war jetzt im Prinzip falsch, aber wir kriegen es trotzdem hin. So, okay. Also, erstes Spiel sieht meiner Meinung nach sehr gut aus und jetzt versteht man mich auch beim Reden. Adventures of Crisp ist ein Plattformer 90er-Jahres-Style, der mich von den Figuren her so ein bisschen auch an die große Pause erinnert, diese komische Zeichenricks-Serie von Disney. Nee, ist es? Nee, ich weiß es nicht, weil, naja, diese einzelnen Figuren, die es da gab, also er kommt mir sehr vor wie dieser große, eher kräftige, aber auch die einen anderen kommen drin vor. Das sieht mir aus wie ein sehr gutes gemachtes Plattformer-Game, bisschen lustig, genau, positiv bewertet, kostet normalerweise noch 12,50 Euro und ja, ich muss sagen, Plattformer sind natürlich nicht mein Genre. Aber es sieht für mich gut gemacht aus und die Grafik gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Genau, die beiden kommen mir auch so vor, als wären sie so ein bisschen aus der Serie. So, ich weiß nicht genau, ob das jetzt mit Copyright und Branding ist oder ob das einfach nur angelehnt ist, aber das ist ja auch egal. So, nächstes. Vom Genre her eigentlich genau mein Ding. Puzzle, Mystery, Third Person. The Academy, The First Riddle, kostet normalerweise noch 17 Euro, hat nur eine ausgeglichene Bewertung. Sprachen, achso, muss ich beim Chris noch sagen, genau, Sprachen sind, ja, alle da, genau, keine Sprachausgabe, sondern nur Text. Bei diesem Spiel gibt es englische Sprachausgabe, aber übersetzt und untertitelt in allem, was man sich vorstellen kann. Hauptkritikpunkt bei einem Spiel ist, dass die Rätsel am Anfang relativ gut sind und später dann so ein kleines bisschen käsig werden. Aber würde mir gut gefallen. Es gibt zu diesem Spiel einen Livestream, äh, nicht zu dem Spiel, zu diesem, äh, Bundle. Äh, der ist jetzt morgen, kann ich jetzt sagen. Also, ich meine, der Original-Upload war ja gestern, jetzt muss ich es schnell nochmal machen. Also, morgen um 20 Uhr wäre nochmal Livestream und ihr könnt euch wählen, welche Spiele ihr da sehen möchtet. Und, genau, so, geht's weiter. Ein, äh, das erste, das Spiel, was als erstes jetzt auch tatsächlich, ähm, zu Ende ist. Und zwar gibt's dieses Spiel nur noch bis, na komm, zeig's mir, bis 5. März. Ähm, und zwar kam das auch am 5. Februar raus. Die Spiele, die wir jetzt als erstes, äh, angesprochen haben, die kamen alle so über den Monat verteilt. Das heißt also, bei, ähm, Academy ist es, was, der 19. Februar, also bis 19. März. Und bei Adventures of Chris zwölfter bis zwölfter. So, das ist also das dritte, das ist nur bis fünften. Das ist ein, ja, also irgendwie, das ist eine echte Leinwand. Es ist irgendwie Puzzle, es ist irgendwie Kunst. Strategie, ich weiß es nicht so richtig, kann man sich vielleicht mal angucken, sprachenmäßig, alles vorhanden. Kostet normalerweise noch 6,50 Euro, ja. Und sehr positiv bewertet halt, genau. Das scheint also ein recht schönes Puzzle-Spiel zu sein. So ein bisschen mit minimalistischer Grafik, sehr auf Atmosphäre. Jo, deswegen, also ich kann mir vorstellen, dass man das, ja, sehr gut haben kann. Ja, und der Trailer war sehr lange, genau. Das ging auch sehr, sehr viel weiter. So, dann, also ich habe tatsächlich, weil ich zwei Bundles vorbereiten konnte, mir ein neues Profil aufgesetzt bei meiner Aufnahmesoftware. Und habe dabei die Trailer nicht leiser gestellt und auch den Monitor aus. Was bedeutet, also nicht Monitor in dem Sinne, sondern den Soundmonitor. Und das bedeutet, ich habe nicht gemerkt, dass die Dinger furchtbar laut sind. Es wurde mir auch nicht angezeigt, weil die, der Pegel etwas unterhalb von meinem Monitor war sozusagen. Und deswegen war das so furchtbar. Aber der EWD hat es mit runtergeschrieben und jetzt wird es natürlich wieder gut gemacht. So, Sinemora X ist das vierte Spiel, das auch relativ gegen Ende des Monats, am 25. Februar, rauskam. Und da muss ich sagen, das hat mich von der Optik immer schon angemacht. Es hat nur ausgeglichene Bewertungen. Und es ist halt auch ein Sidescroller-Kugelhagelspiel. Aber dieses Matrix-Cthulhu-Tentakel-Ding finde ich schon mal ziemlich geil. Und die paar Momente, wo das den Grafik halt aus der 2D-Perspektive Sidescrollermäßig ausbricht, das sehen wir hier gleich, hat mich schon immer angemacht. Deswegen, ich wollte es immer schon irgendwie haben. Aber es war mir auch immer schon irgendwie zu teuer dafür, dass ich dann dieses Spiel so eigentlich gar nicht spielen möchte, sondern ich einfach nur die Mach-A toll finde. Es scheint auch nicht gut zu sein, weil ausgeglichene Bewertung ist deutlich. 10 Euro kostet es normalerweise noch. Sprachausgabe Englisch, genau sowas meinte ich. Das ist schon geil. Sprachausgabe Englisch, alle anderen Sprachen sind vorhanden. Das heißt also in Sachen Untertitel oder auch, ja. Was ich auch mag, ist dieses in gewisser Hinsicht Souls-like-Ding. Das heißt also diese Sache mit den Endgegnern, wo du dir genau aussuchen musst, wie funktioniert das ganze Ding. Du kämpfst also gegen ganze Bauwerke mit mechanischen Teilen, die es auf dich abgesehen haben. Und das finde ich von der Mach-A her sehr schön, aber das Spiel scheint nicht gut zu sein. Ich gucke mal schnell. Tja, ich finde jetzt hier nur, genau. Ah. Ach, es hat, äh. Ja. Aha, es scheint trotz allem langweilig zu sein. Sieht toll aus, kann aber nicht viel. Ja. Das gibt es ja öfter. So, okay. Jetzt kommen wir wirklich zu den 5 Spielen, die wirklich jetzt rauskamen. Und eins davon, ja, das hat mich sehr gefreut und auch wieder nicht, weil das war schon mal da. Bomber Crew war schon mal auf Twitch Prime. Ich habe sowieso schon. Aber diesmal ist es die Deluxe-Edition. Das heißt also auch mit dem gesamten, ähm, Season Pass. Und dieser Season Pass, äh, kostet normalerweise noch mal 10 Euro. Das heißt, wir haben dann einen, ähm, Gesamtwert von, äh, 24,99 Euro. Ja. Und das ist seltsam. Wenn man es einzeln kauft für 14,99 Euro und den Season Pass für 9,99 Euro dazu, dann kommt man sogar noch mal einen Cent billiger. Ja, das ist wichtig. Nee, Bomber Crew, was ist das? Bomber Crew ist ein Comic-artiges Simulation für einen Bomber. Ähm, und zwar auch Action-Strategie, würde ich sagen. Management. Du musst den einzelnen Leuten ihren Platz in der, in dem Flugzeug zuweisen. Du musst dafür sorgen, dass alles funktioniert. Du musst, äh, Schäden reparieren und so weiter. Das Ganze ist wohl recht hektisch und die doch recht ernsthafte 2. Weltkriegsmechan, ähm, 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 lore, sag ich mal. Oder lore ist es ja nicht. Also die, äh, die, die, die doch sehr bedrückende Story wird durch, naja, durch dieses Comic-hafte so ein bisschen, ja, na, entschärft, genau. So, weiter. Ja, auch so ein Ding, Spiel für 25 Euro und es ist ein Meisterwerk, aber war auch schon bei, äh, Humble Choice, deswegen hab ich's natürlich schon gehabt. Trotz allem finde ich's krass, dass es jetzt hier schon kostenlos drin ist. Und zwar ist es Plasphemous. Das heißt, also, es läuft unter, unter, unter Metroid, siehst du mal, beim ersten Take hab ich's geschafft, unter Metroidvania und, oder Vania und, ähm, ist aber in gewisser Hinsicht auch Souls-like, was auch dabei steht, weil die Endgegner, da musst du halt eben wirklich nochmal, da haben wir's wieder, die Mechaniken genau anschauen. Das Ganze ist von Ambiente her sehr krank, sehr viele SM-Folter und sowas, ähm, Fantasien bis hin zum Sauron-mäßigen, also Mordermäßigen, äh, kranken Szenarien ist da wirklich alles drin. Ähm, ja, Blut und Verstümmelung, genau das, also wirklich eine Menge auch, also das ist auch, ja, Plasphemous, es ist halt eben auch wirklich blasphemisch zum Teil. Was mich jetzt nicht stört, weil, ja, und sowas ist natürlich auch eher sexy, ja, kann man sagen. Ne, also, ein Meilenstein, ein tolles Werk, auch wenn's von Team 17 gepublished ist, aber das ist wirklich, wirklich was Tolles, aber auch krank. Ähm, ja, und wir haben hier mittendrin auch noch eine sehr, sehr minimale zwei, ähm, 16- oder 8-Bit-Version, naja. Blasphemous, einer der Meilensteine in diesem Bundle, ähm, zwingt mich bitte nicht, das zu spielen, ihr könnt euch wie immer natürlich auswählen, was wir spielen. So, dann kommt ein Klassiker, auch wieder nicht mein Genre, das Spiel ist so alt, dass der Trailer ein ungewöhnliches Format hat, also ausnahmsweise mal nicht passt. Meine Nase juckt. Es ist von Digital Reality und von Handy Games gepublished, 10 Euro ist es noch wert, Skydrift ist ein Flugzeugrennen, muss man sagen, weil, naja, es spielt sich wie ein Autorennen, es hat wenig von der Simulation, aber ich finde es von der Grafik her schön gemacht und es ist sehr positiv bewertet und ist einfach mal ein Klassiker. In allen Sprachen ist es da, genau, wie gesagt, nochmal von Handy Games gepublished, das haben wir heute schon mal gehabt, ich weiß aber nicht mehr, wo war das denn? Ach, das ist Cinemora, genau, oder gut, das passt ja dann, das sieht ja auch ein bisschen ähnlich aus und, ja, obwohl es ein Flugsimulator ist und von 2011, ich glaube, das ist ein sehr spannendes, schönes Spiel und deswegen ist es auch gut bewertet. So, dann, das nächste ist das extrem typische Humble, nein, Prime Gaming Spiel, es sieht nach einer Mischung aus Curve und Team 17 aus, es ist ein Multiplayer-Spiel, was natürlich auch als Einzelspieler machbar ist, es nennt sich Boomerang Fu, spricht mich nicht an, ist aber sehr positiv bewertet, kostet normalerweise noch 12,50 Euro und, ja, ich glaube, so ein kleines bisschen anteilig wollte man auf den Fall Guys Zug aufspringen, weil so ein bisschen diese spezielle Art von Parcours und solche Aufgaben oder halt eben auch auf den alten HWSQ Trend, so diese Multiplayer-Spiele, halt eben Partyspiel, ja, es ist Partyspiel, da steht mein Name nicht drauf. Wir haben ja auch ganz recht, wenn ihr das jetzt nicht auswählen würdet, aber wenn ihr wollt, auch das wird gespielt. Was ich unbedingt spielen möchte, ist das nächste und somit auch letztes Spiel in dieser Sammlung von insgesamt neun Spielen und das setze ich mal von mir aus, das heißt also, das will ich auf jeden Fall spielen. Das heißt, Tengami ist auch wieder in allen Sprachen zu haben, von der Oberfläche her, spielt in einem japanischen Pop-Up-Buch und ist, ja, ein Indie-Gelegenheitsspiel-Puzzle-Abenteuer, aber halt eben mit einer einzigartig tollen Spielmechanik und zwar, ja, wie gesagt, wir spielen in so einem Pop-Up-Buch. Ich weiß nicht, ich habe als Kind solche Bücher gehabt, ich glaube von den Prima-Stadtmusikanten, da meine Kindheit also schon Monate her ist, weiß ich nicht mehr 100%, aber ich glaube ja, besonders der düstere Wald war da sehr schön gemacht. Mit dieser Pop-Up-Mechanik scheint auch ein großer Bestandteil der Puzzle-Mechanik zu sein, aber das weiß ich noch nicht so richtig, ich habe es ja noch nicht gespielt, aber das setze ich jetzt von mir aus mal, das spielen wir auf jeden Fall an. Alles andere habt ihr die Wahl oder wenn ihr gar nichts schreibt, dann, ja, dann gucke ich mal. So, ja, also wunderschön, kostet normalerweise auch nur 7 Euro. Wir kommen dadurch auf einen Gesamtwiederkaufswert von 125,50 Euro und ich finde es diesmal wirklich gelungen. Also ich finde, Adventures of Chris ist für sein Genre ein guter Ableger. The Academy, The First Riddle, könnte ich mir vorstellen, ist witzig, würde ich auch gerne anspielen. Strata kann man sich angucken, ist also sehr positiv, genau. Cinemora weiß ich nicht, ob ich Lust drauf habe. Bomber Crew, weiß ich, dass ich keine Lust drauf habe, ist aber ein tolles Spiel. Blasphemous ist sackschwer, aber toll. Skydrift ist mal was anderes. Boomerang Fu ist überhaupt nichts für mich und Tengami macht mich sehr an. Das war's, ich beeime mich jetzt ein bisschen, weil, naja, ich bin spät dran, weil der Livestream ist ja schon morgen um 20 Uhr. Ich habe heute noch ein bisschen Nachtschicht und mache gleich noch das Humble Choice Bundle, das hoffentlich genau so aussieht, wie es angekündigt war, sonst wird es ein bisschen eng. Naja, also zeitlich, weil das ist alles schon vorbereitet. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, gucke mal, wie ich den Re-Upload mache und sagt dann mal, macht's gut und ich würde mich freuen, wenn ihr am Mittwochabend dabei seid. Tschüsschen!